Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie bestimmen dein Leben. Wenn dem so ist und unsere Gedanken allumfassend sind und unser Leben bestimmen, warum denken wir oder warum denken so viele Menschen so oft kritisierende, schlechte, dicke, anstrengende Gedanken? Ist es dann nicht sehr viel wunderbarer, schöne, reiche, liebevolle, schlanke Gedanken zu denken? Damit auch du diese positiven, diese gesunden Gedanken für dich entdecken kannst, damit du diese für dich denken kannst, da haben wir ganz bestimmte Tipps, Ricks und Techniken entwickelt, damit auch du das für dich so umsetzen kannst. Es ist nur eine Entscheidung, es ist deine Entscheidung. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.